Hallo, willkommen zu einem Video von mir. Ich hatte noch ein paar Dinge auf meiner To-Do-Liste, die ich entweder mal machen wollte oder noch mehr machen wollte. Diese Dinge sind vor allem aus dem Wunsch heraus entstanden, ein bisschen mehr Zeit außerhalb von Konstanz zu verbringen. Deswegen dachte ich einfach, es wäre unterhaltsam, das zu filmen und euch einfach mal mitzunehmen. Musik Musik Wie deinem Herr stoppiert. Musik Musik Tom und ich sind heute nach dem Berg gefahren, einfach außerhalb von Konstanz und haben hier unser kleines Lager aufgeschlagen, um einfach unser Abendessen draußen zu genießen. Musik 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 Es ist einfach so krass schön hier. Man befiegt im Hintergrund auf der einen, wo sie hier und auf der anderen Seite fast voll gerucht wird. Und dann noch den Sonnenuntergang, die Berge, das ist wunderschön. Musik 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 Kurz Ich habe mich entschieden, heute vier Tage nach Freiburg zu fahren und dachte, ich nehme euch einfach mit, denn Freiburg ist eine mega schöne kleine Stadt und echt nicht weit von Konstanz. Ich fahre heute mit dem Flixbus und brauche ca. 1 Stunde 40. Wir haben noch keinen genauen Plan, was wir dort machen werden, aber wahrscheinlich uns einfach nur schreiben lassen und eben schauen, was passiert. Musik 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 Hey, listen! If you don't care, so come and push with us, oh, oh, yeah!